wieso gibt es hier nicht leiser mann für euch sind wir noch gleichlaufen egal hallo leute und herzlich willkommen zu my paper boat ihr seht vielleicht auch ich habe neues headset es ist relativ fett ich fühle das eigentlich so aber es ist ein geiles headset halt auch von rocket ich weiß nicht ist auf der seite also auf der seite auf jeden fall ja wir werden jetzt hier my paper boat mal spielen es ich wollte also es ist ein spiel von den gleichen entwicklern wie fernbos ich wollte nämlich in fernbos video aufnehmen habe dann kam mir so ein pop-up und ja wir haben neues spiel irgendwie und das ist das hier keine ahnung was es ist ich würde sagen wir drücken auf start und lassen uns überrascht müssen wir hier jetzt runter schwindel ja gemütlich hier schön in der natur wenn wir kurz eingecrasht oder strom ist das gut oder schlecht als er ist es blendet übertrieben um scheiße was machen wir hier oh man kann boosten oha das ist also oh mein gott wo ich bin fast gekippt ok also der boost ist ja halt zum boost 3 steppen eine ist wie geht es jetzt weiter hier kollektor coins rallye aber erst mal kollekt oder gibt es auch verschiedene maps um ein gott ok wir machen erstmal garten ok wir müssen jetzt alle münzen einsammeln oh gott hier geht es also gut wild los oh gott und müssen wir hier durch hier ist noch eine münze also die steuerung ist auch so ein bisschen kritisch ey es leckt auch ist ja gerade ein bisschen geleckt seht ihr eigentlich mit dem mauszeiger ok das ist noch so nice man hat auch hp wie verliebt man den hp hä wie funktioniert das schöner garten auf jeden fall richtig groß auch irgendwie und da drüben ist hp weiß man nicht was uns das bringt aber vielleicht kommt noch so ein alligator oder so da sind wir froh wenn wir ein bisschen leben haben wir könnten uns ja auch mit boost durch schießen aber ich weiß nicht ob das so gut kommen würde alle an an epischer sprung Ich habe das erste Level Complete New Customizations Unlocked Aber wir haben nicht mal alle Pünsten gefunden Wow Alter, guck mal Jetzt sind wir hier in der Wüst oder so Oh, Alter, ganz crazy Jetzt haben wir hier mal wieder alle Münzen ein Geht ja nicht nur so zwei Jahre oder so Oh, guck mal, da war eine versteckt So dumm Nein, ich habe den letzten Dings nicht erwischt Oh, scheiße, war ein cooler Jump Digger, aber wer spielt denn dieses Spiel Aus Spaß War eine coole Idee, aber Fucking lame Wenn man jetzt so mehrere Schiffe hätte Wow, Alter Mit so Alter, bin ich denn jetzt Ich glaube, ich bin falsch hier Hä, weil wenn man so mit Faschkumpel das Spiel spielt Und dann kann man auch so schießen oder so Dann wäre das Spiel bestimmt ganz cool Aber Also Wer grindet das denn? Alter, mein Boot ist ja übel am Arsch Guck mal Richtig emotional damage Wie dieses geschammte Spiel irgendwie Also ich meine, cool Jedem das seine so Aber Wie gesagt, also wer grindet dieses Spiel Wer spielt Wer kommt nach der Schule Oder nach der Arbeit nach Hause Und denkt sich Boah, geil Jetzt erst mal my paper boat Durchspielen, Alter Let's go Ich komme nicht durch Es wird schon schwieriger Aber Schwierigkeit Ach, scheiße Schwierigkeitsgrad steigt Auf jeden Fall Ich glaube, mein Boot ist gleich einfach kaputt Oh, da war eine Da war eine Münze So Oh, da ist nochmal eine Münze Und Ich habe HP gesehen Jetzt kommentiere ich es trotzdem Ich habe gesagt, ich will es nicht mehr Egal, ich muss gerade kurz Weil es ist gerade spannend So Und jetzt geht es weiter Ja, halt Mit Münzen einsammeln Hä? Mein Level Failed Och, scheiße Wir gehen wieder zum Titlescreen Und Customize Wir können ja jetzt etwas Neues machen Oh, Secondary Color Oh mein Gott Man kann jetzt auch so Zeitung sein Effektiv Oh mein Gott Was ist das denn? Ich finde Unser Boot hat Absolut krassen Style Alter Jetzt auch mit diesem Anker Leute Ich kann ihn jetzt nicht verlangen Wenn es euch gefallen hat Allah Lasst doch ein Like Oder ein Abo Oder schreiben mir Weitere coole Spiele In die Kommentare Beziehungsweise Na, wenn ihr einfach eine neue Folge wollt Schreibt es in die Kommentare Das war es mit diesem Video Was war das schon wieder Bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020